Hallo, mein Name ist Marco Raskop, ich wohne in Bitburg-Stahl, bin verheiratet, habe demnächst zwei Kinder, bin Jurist, arbeite in Luxemburg, man kennt mich eher wahrscheinlich vom Bitburger Bierhaus. Ich trete an in Bitburg für die Stadtratswahl, weil ich Bitburg langfristig nach vorne bringen will im Bereich der Entwicklung, der Stadtentwicklung, der ökonomischen Entwicklung, als Beispiel kann man hier nennen die Entwicklung der US-Housing und im übrigen liegt mir was an der Stadt und ich habe sehr Bock auf Bitburg.